Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 1. Dezember. Und 1. Dezember bedeutet im iPhone-Blog natürlich eine klitzekleine Videoserie, die nennt sich 24 Tage im Dezember, die ich jetzt schon viel zu lange mache, aber auch in diesem Jahr, in diesem gottverdammten 2020, aufrechterhalten möchte. Es geht um Zubehör, es geht um Accessoires, die man sich so als iPhone oder iPad-Besitzer shoppen kann. Es geht auch um die Leute, die einen Apple Watch haben oder einen Mac oder alle, die einfach Lust haben, hier zuzuschauen. Es sind tägliche Videos. Ich versuche 24 hinzubekommen und sie sind kurz und knapp und ich hoffe, es ist was für euch dabei. Tag 1 beginnt mit meinem Fahrradhelm. Ich habe im letzten Jahr schon den Lumos vorgestellt. In diesem Jahr bin ich dieses Modell hier gefahren. Das ist das Matrix. Und wenn man das einschaltet, dann macht es sehr, 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 sehr viel Licht. Und es macht Feuerwerk. Und es lässt sich selbstverständlich über die entsprechende App einstellen, was man für Feuerwerk möchte oder welche Nachrichten man seinen Verkehrsteilnehmern zukommen lassen möchte. Ich finde das sehr, sehr lustig. Und das hat natürlich nicht nur diesen lustigen Aspekt, sondern man wird halt auch gesehen. Es gibt halt sehr, sehr viel Licht von sich. Und man wird eventuell weniger überfahren, was eine gute Sache ist. Das Ding ist wasserfest. Es lässt sich waschen. Man soll es nicht unter die Dusche nehmen, habe ich gelesen. Man kann diesen kleinen Polsterchen rausnehmen und die separat waschen. Es hat leider immer noch diesen sehr ungünstigen proprietären Stecker, den ich so gar nicht mag. Aber zumindest lädt der Helm auch diese Fernbedienung, die mitkommt und die Abbiegehinweise gibt gleichzeitig mit auf. Es gibt jetzt die Möglichkeit, so eine Bremsanzeige zu haben. Also wenn man unterwegs ist und plötzlich langsam wird, also bremst, dann signalisiert das kleine Display nach hinten raus, hey, der wird gerade langsam. Fahr mal auch langsamer. Ich bin mit diesem Helm das ganze Jahr unterwegs gewesen und zwar mit diesem kleinen Gerät. Das ist das Onewheel und habe ungefähr so 800 Kilometer damit abgerissen und und mag diesen Helm einfach. Der ist, der ist nett und der trägt sich gut und man sollte einen Helm immer tragen. Und weil man den immer tragen sollte, muss der auch Spaß machen. Deswegen der Lumos Matrix. Uneingeschränkte Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am morgigen 2. Dezember an dieser Stelle hoffentlich wieder.